Immer genial hinter die Türverkleidung, weil mit dem Schraubenzieher tut er euch das meistens, sag ich mal, verkratzen. So, habt ihr schon gesehen, der erste Clip hat sich schon gelöst. So, also die ganze Geschichte etwas nach oben ziehen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Heute bauen wir mit euch an diesem BMW E61 Facelift LCI, schimpft sich natürlich auch LCI, die Türverkleidung hinten ab. Wir haben vorne die Türverkleidung schon mal abgebaut in einem anderen Video, das verlinke ich euch jetzt hier oben. Da ging es darum, wir haben die Türverkleidung abgebaut, weil wir Wassereintritt im Fußraum hatten. Heute bauen wir die Türverkleidung hinten ab. Hinten kommt zwar noch kein Wasser rein, aber man kann Wasserspuren schon an der Türpappe sehen. Wir werden die jetzt mit euch zusammen kurz abbauen, das lassen wir im Schnelldurchlauf laufen. Ich erkläre euch zwischendurch kurz, was ihr beachten müsst beim Türverkleidungausbau. Und dann zeige ich euch eventuell noch, an welchen Stellen ihr sehen könnt, ob die Türpappe, die dahinter ist, lose ist und eventuell dadurch dann Wasser ins Auto läuft. Ich mache das jetzt hier bei meinem Auto bei allen Türen. Wie gesagt, vorne haben wir euch in diesem Video, ich verlinke es nochmal hier oben schon gezeigt und heute machen wir hinten. So, dann kommen wir rum. Gibt eigentlich nicht viel zu beachten. Als Werkzeug braucht man, ich habe uns mal unseren besten Schraubenzieher jetzt hier rausgesucht. Könnt ihr das sehen, das ist der Premium Schraubenzieher bei uns. Nein, das ist ein Scherz und ihr müsst vorher diese schwarzen Kappen hier abmachen. Die sind einmal hier unten, sollte man sehen können, ich hoffe. Und hier oben an der Stelle haben wir eine und dahinter sind jetzt hier, ich zeige euch mal, das sind Kreuzschrauben. Die mache ich jetzt eben raus und dann geht es weiter. Ich mache die zwei Schrauben eben raus, du kannst dich hier von der Seite hinstellen. So, so sehen die Schrauben aus, wie gesagt, kleine schwarze Kreuzschrauben. So, die nächste Schraube. Sieht man das? Gut. So, als nächstes solltet ihr haben einen Plastikkeil. So sieht sowas aus. Weil die Türverkleidung ist mit so Plastikclipsen gekleppt und mit so einem Keil kommt man halt immer genial hinter die Türverkleidung. Weil mit dem Schraubenzieher tut ihr euch das meistens, sag ich mal, verkratzen. So, habt ihr schon gesehen, der erste Clip hat sich schon gelöst. Und dann mit den Fingern dahinter. Und dann könnt ihr schon sehen, könnt ihr einfach überall abklipsen. So, das war es auch schon gewesen. Und eigentlich sollte alles weitere jetzt schon nach oben weggehen. So, nächster Schritt ist, wie gesagt, die Clipser haben wir alle losgemacht. Habt ihr gesehen, die Türverkleidung wird jetzt nach oben rausgeschoben. Das zeigen wir euch jetzt. Wichtig, nur kurz zu erwähnen, vielleicht das Fenster runter machen, damit eventuell eine zweite Person mal von außen arbeiten kann. Und euch gleich beim Stecker abmachen, weil da werden ein paar Stecker dran sein, die Türverkleidung ein bisschen festhalten kann. So, also die ganze Geschichte etwas nach oben ziehen. Dann seht ihr, das löst sich schon. Oben ein bisschen rausziehen. Und dann ist die ganze Türverkleidung auch schon los. Ich denke mal, das kann man jetzt gut sehen. Wir werden jetzt eben die Stecker losmachen. So, wir zeigen euch das jetzt mal kurz, was da hinten drauf zu beachten ist. Ja, also hier sind die ganzen Clipser, die los müssen, wenn ihr die Türverkleidung, sag ich mal, nach vorne zieht. Und als Kabel müsst ihr mehrere Sachen losmachen. Und zwar die Lichtleiter hier. Einmal, nee, hinten hat er nur einen, auf der Seite. Unten die Tür-Innenbeleuchtung oder die Fußraumbeleuchtung. Dann habt ihr hier den Seilzug für die Tür. Boxen hat das Fahrzeug jetzt hier hinten drin nicht. Ein Airbag wie vorne, den ist hier auch nicht drin. Und von hier unten natürlich der Schalter für den Fensterheber. Ja, das war's gewesen. Ihr habt gesehen, die wird nach oben rausgezogen. Und ja, das war's eigentlich schon gewesen. So, jetzt schauen wir uns mal von innen die Türpappe an. So, hier hängen jetzt die ganzen Sachen. Das ist hier für die Tür, das ist alles, wie gesagt, nur gesteckt und geklippt. Sollte eigentlich jeder von euch selbst hinkriegen. So, das könnt ihr hier auch schon sehen, wie vorne in einem anderen Video. Die ganze Türpappe hier, die ist lose. Also das löst sich hier komplett. Deswegen, ja, hier auch. Hier kann man es noch besser sehen, als wie vorne eigentlich. Ich nehme mal die Lampe. Und dann könnt ihr hier sehen, wieso dann irgendwann Wasser ins Auto reinläuft. Weil das jetzt hier lose ist. Und an der Stelle dahinter sammelt sich natürlich Wasser hier hinter. Und läuft euch dann, hier kann man sehen, genau an der Stelle hier läuft euch dann Wasser hier rüber, hier runter, hier über die Kante. Hier kann man den Rest davon sehen. Das sieht genauso aus wie hier. Kann man das sehen auf der Kamera. Kann man hier sehen, läuft das dann über das Türgummi euch unten in den Fußraum. Wir dichten das ab. Das Video werden wir jetzt nicht allzu lang machen. Ich zeige euch womit. Wir haben es ja vorne auch schon gemacht. Ich nehme jetzt hier von Pitek Nahtabdichtung. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, wie ihr das nachmachen will. Also wenn ihr irgendwas in der Tür machen solltet, Schloss, Fenster, Heber etc., macht das auf jeden Fall wieder vernünftig dicht. Weil sonst habt ihr das Problem irgendwann, dass ihr Wasser, sag ich mal, im Fußraum habt. Wichtig noch zu erwähnen, wenn ihr vorne die Türverkleidung abmacht, hinten ist es jetzt nicht das Problem. Das habe ich in einem Video eigentlich vergessen zu sagen. Haben wir vorne den Airbag mit abgeklemmt. Der Airbag ist mit in der Tür. Also wenn ihr das vorne machen solltet und ihr macht die Zündung währenddessen an, habt ihr einen Airbag-Feder. Also müsst ihr den Airbag-Feder löschen. Ja, wir werden das Ganze jetzt abdichten und die Türverkleidung wieder dran bauen. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst, weil die wird genauso umgekehrt wieder zusammengebaut, wie wir sie ausgebaut haben. Ja, was als nächstes Video zu dem Fahrzeug kommt, weiß ich noch nicht. Müssen wir schauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst dem Video einen Daumen nach oben natürlich da. Abonniert unseren Kanal für weitere spannende Videos, unter anderem auch zu diesem Fahrzeug. Bis zum nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.